Wer sich ein kleines bisschen mit Kirchengeschichte auskennt oder im Religionsunterricht aufgepasst hat, der ist vielleicht zuerst mal verwundert, wenn er diese Person hier sieht. Denn sie hat lange vor Martin Luther gelebt, im 12. und 13. Jahrhundert. Petrus Waldus oder auch Waldes, ein Kaufmann aus Lyon, den etwas Interessantes mit Martin Luther verbindet und deswegen ist er auch hier zu sehen. Auch Petrus Waldus hatte eine abweichende Meinung von der Haltung von der Linie der Kirche, genauso wie Martin Luther. Petrus Waldus hat gesagt, naja, also in der Bibel steht jede Menge, aber das Wichtigste ist, dass dort steht, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und das hat er gemacht. Mit seinen Anhängern, den sogenannten Waldensern, ist er durchs Land gezogen und diese Waldenser, die gibt es übrigens auch noch bis heute. Und das hat ihm auch Ärger eingebracht. Die offizielle Kirche fand das gar nicht gut. 1182, 1183 wurde er exkommuniziert und er wurde verbannt. Allerdings hat sich ja seine Lehre bis heute gehalten, also so ganz beseitigen konnte man ihn doch nicht. Wie soll ich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017